Kommen wir mit in die Türchen! Der letzte Winter war anders. Im Sussow schneesicheren Skigebiet hatte es letztes Jahr nicht so viel Schnee. Das hat ein riesiges Loch in die Kasse der Bergbahnen gerissen. Jetzt hat man überlegt, die Bahn auf den Gürgha-Letsch zu schliessen. Das wollen wir unbedingt verhindern. Herzlich Willkommen in die Türchen! Türchen ist ein intaktes malerisches Walser-Dorf mit den typisch herzigen Holzhäuser. Und hier oben, dick im Nebenverpackt, ist das Wahrzeichen von Türchen, den Gürgha-Letsch. Er ist fast 2500 Meter Höhe mit 1000 Meter Freeride. Zwischen Lenzerheide und Arosa. Weil letztes Jahr nicht so viel Schnee gefällt, ist der Gürgha-Letsch in Gefahr. Also macht mit und unterstützt uns und rettet die Bahn auf der Gürgha-Letsch, damit wir weiterhin den Berg durchab kurzen können. Gürgha-Letsch im Gürgha-Letsch in Gefahr Hallo zusammen, tschürtchen. Tschürtchen ist auch so schön. Seht ihr die Sonne? Aber, nein. Also macht mit und unterstützt uns. Oh fuck.